Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3045 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. An dieser Schule gibt es so viele eifrige Schüler und es macht mir Spaß, sie zu unterrichten. An dieser Schule gibt es so viele eifrige Schüler und es macht mir Spaß, sie zu unterrichten. Zum Valentinstag hat Alexander mir rote Luftballons in Herzform und ein weiteres Geschenk mitgebracht. Zum Valentinstag hat Alexander mir rote Luftballons in Herzform und ein weiteres Geschenk mitgebracht. Zum Valentinstag hat Alexander mir rote Luftballons in Herzform und ein weiteres Geschenk mitgebracht. Ich habe etwas Schreckliches gesehen und sofort die Polizei gerufen. Achte beim Rasieren deiner Beine darauf, dass die Rasierklinge nicht stumpf ist. Achte beim Rasieren deiner Beine darauf, dass die Rasierklinge nicht stumpf ist. Achte beim Rasieren deiner Beine darauf, dass die Rasierklinge nicht stumpf ist. Ich rauche nur eine Schachtel Zigaretten am Tag. Gib zu, du hast nicht damit gerechnet, dass ich so lange auf dem Surfbrett stehen bleibe. Gib zu, du hast nicht damit gerechnet, dass ich so lange auf dem Surfbrett stehen bleibe. Gib zu, du hast nicht damit gerechnet, dass ich so lange auf dem Surfbrett stehen bleibe. Ob kalt oder warm, Sommer oder Winter, es ist immer wichtig, genügend hydriert zu sein. Warum wächst dieser Kaktus schneller als die anderen? Warum wächst dieser Kaktus schneller als die anderen? Warum wächst dieser Kaktus schneller als die anderen? Ich muss das herausfinden. Wir wollen uns um 16 Uhr treffen. Bis jetzt ist er noch nicht da. Manche Ärzte arbeiten 36 Stunden am Stück. Sie diagnostizieren, organisieren und operieren. Solche Marathonleistungen werden in deutschen Krankenhäusern erbracht. Manche Ärzte arbeiten 36 Stunden am Stück. Sie diagnostizieren, organisieren und operieren. Solche Marathonleistungen werden in deutschen Krankenhäusern erbracht. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Maria hat morgen eine Prüfung in Maschinenbau. Maria hat morgen eine Prüfung in Maschinenbau. Maria hat morgen eine Prüfung in Maschinenbau. Die Braut steigt aus dem Oldtimer und hält einen Hochzeitsstrauß in der linken Hand. Die Braut steigt aus dem Oldtimer und hält einen Hochzeitsstrauß in der linken Hand. Wir sind auch abends noch am Strand und freuen uns auf den Sonnenuntergang. An der Uni arbeiten wir gemeinsam am gleichen Thema. Ich habe bereits einige Ideen zu diesem Thema gesammelt. Fällt euch noch etwas ein? Hast du herausgefunden, warum sich die Farbe verändert hat? Hast du herausgefunden, warum sich die Farbe verändert hat? Ich benutze das Kochbuch meiner Großmutter zum Kochen. Ich nehme ihre Wünsche auf und leite sie an unseren Außendienst weiter. Ich nehme ihre Wünsche auf und leite sie an unseren Außendienst weiter. Gibt es Fragen zu bestimmten Themen, die für die Prüfung wichtig sind? Gibt es Fragen zu bestimmten Themen, die für die Prüfung wichtig sind? Steig auf den Scooter und halte dich an mir fest. Wir fahren gemeinsam. Bist du mit der Ausstattung deines neuen Autos zufrieden oder fehlt etwas Wichtiges? Bist du mit der Ausstattung deines neuen Autos zufrieden oder fehlt etwas Wichtiges? Wir nehmen einen großen Rucksack mit auf die Reise. Wir nehmen einen großen Rucksack mit auf die Reise. Wir nehmen einen großen Rucksack mit auf die Reise. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wir nehmen einen großen Rucksack mit auf die Reise. Wir nehmen einen großen Rucksack mit auf die Reise. Wir nehmen einen großen Rucksack mit auf die Reise. Wir nehmen einen großen Rucksack mit auf die Reise.